Wie versprochen, vielleicht wieder ein kleiner Marathon. Zurück bei GTA 4. Mr. Bulgarin haben wir jetzt nicht mehr. Ich hab... Was? Ich hab jetzt nur noch Maury? Och nee. Ja gut, komm her. Die muss ich ja auch noch machen. Frau. Dann machen wir jetzt mal die Frau-Mission. Schauen wir mal, was die von uns will. Die eine, die sich da umgebracht hat, kann's ja nicht mehr sein. Ähm, ja. Und dann hoffe ich, dass sich noch irgendwas anderes vielleicht auftut. Vielleicht noch irgendeine Abschluss-Mission mit Toni. Mama will deine kleine Kruppueta verschlingen. Komm zu mir. Was? One-Night-Stand. Nee, 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 nee. So ein Quatsch mein Nino mal. Da hab ich nicht noch mal Bock drauf. Es bringt mir nichts. Und vor allen Dingen... Man sieht nix. Oh, äh, was? Äh, Moment mal. Was ist denn bitte mit meinem Auto passiert? Ungelogen. Ich habe nichts geändert. Das ist doch das... Idiot! Oh, und ich hab mich grad gefreut. Echt, ey, unglaublich. Da hat es das Spiel gut mit mir gemeint. Und prompt fällt mir einer rein. Naja. Was? 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 No, what you have done for me recently is more special. Thanks a lot, bro. You didn't need to do that though. No, I did. Yeah, it was a little bit of fun for you in the club compartment. I think you will enjoy it. Alright, man. I'll check that out. John, thank you again. Cool. Justoff scheint wohl doch ganz in Ordnung zu sein. So, jetzt hab ich immer noch das Problem, wo diese... ...da oben? Ja, Moment mal. Kann ja nur da oben sein, oder? Aber nein, 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 nein. Oder doch? Nein, das muss hier irgendwo sein. Hier innen drin. Och, Anna. Mein Bett ist kalt geblieben. Mann, ey. Gibt was Wichtigeres als... ...One-Night-Stand... ...Z.B. hier hochzukommen. Immer die Knarre weg. Hier vielleicht? Nö. Weg hier. Ah. Bulgarien. Ach, das ist doch wieder nur ein... ...One-Night-Stand hier im Club. Und gleich hab ich wieder wahrscheinlich einen Treffer, weil ich... ...wie irgendeine Musik wieder erkannt werde. Und so weiter und so weiter. Und jetzt? Ist das nicht die hier? Hallo? Wegen die bin ich jetzt hier hingekommen. Ach so, auf die Tanzfläche. Oder was? Ne. Ach man, was ist das denn jetzt hier? Hier. Wo ist die denn? Da oben? Boah. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Dubi, dubi, divi, da. YouTube wird mir bestimmt wieder die Musik hier entziehen. So, da. Jetzt hab ich dich endlich. So, jetzt. Auch nicht? Da drüben. Auch nicht. Ey, Kingas! Wer ist das denn hier, Mensch? Ich beende gleich die... ...lauschige... ...Gesennigkeit hier. Ach. Da hinten vielleicht? Ah. Ne, auch nicht. Was steht da? Kann man nicht lesen. Toll. Aber wo soll die sein, Mann? Ja, komm hier. Ein Ring. Super. Ich steh genau drin. So, wir machen jetzt hier den Club leer. Alle raus hier. Ich glaub, die kommen eh wieder alle neu. Ja, genau. Alle raus hier. Du auch. Komm, beweg dich. Nimm nicht die ganze Einrichtung mit hier. Genau. Du liegst nicht schlafen, okay. Du? Jetzt komm, ey. Wir gehen jetzt hier mal zusammen in die Ecke. Und dann reden wir mal zusammen. Elektroshock. Es ist zum Heulen, Freunde. Ihr habt es gesehen. Ich hab keine Ahnung hier, was das sein soll. Aber, gut. Das ist da wohl, Green. Luis! Rei, hör. Du schraubst mit mir, Luis! Nein, nein, nein. Das ist wie es sich sein. Aber glaubst du mir, das war keine Aufmerksamkeit. Du schraubst mit mir! Und jetzt, ich gehe mit dir zu schraubst. Du kleine Kappe. Du bist totem. Todem. Todem! Todem! Du verstehst? Nein. Kannst du das wieder einmal sagen? Du schraubst mit dir! Ich habe noch nicht gesehen. Krass Drücke L um den Club zu managen Was? Um den Club zu managen Was ist denn das jetzt? Fang dir keine Infektion Was? Was muss ich denn jetzt? Achso ich muss jetzt hier für Recht und Ordnung sorgen Ja wie geil ist das denn Schau dich mit R um einen Ärger zu sehen Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn hier? Nichts ist passiert hier Nichts Das sch*** ist passiert da draußen Ich habe dich verletzt auf dem Monitor Du hast versucht zu schrauben meine Gesichter in es? Ich weiß nicht was du hast Aber es war total unintensiviert Schau wir cool? Du fühlst dich gut? Ich habe ein Job zu machen Drücke L um das Clubmanagement abzubrechen Das ist lustig Aber ich muss jetzt noch was anderes erledigen Da ich die Frau sowieso hier nicht Moment Vielleicht auf der Weibertoilette Hallo Was passiert denn da hinten? Na was passiert denn hier? Wo kann ich da? Nein schade Okay belassen wir es dabei Lange genug eure Zeit Und meine Zeit verschwendet So wo ist mein Auto? Wo zum Henker ist mein Auto? Die kann so ein Auto fahren So Murray haben wir Und achso Yusuf Yusuf Surprise Die die Na das war ja klar Meine Güte Mach doch mal die scheiß Musik aus Wollen wir mal gucken Dass wir jetzt hier noch eine Mission Auf die Kette kriegen Das? Das ist dem sein Cabrio Diesmal geschlossenes Verdeck Yusuf Super Drop Diamond Und steht hier jetzt bei Bedarf Bei seinem Apartment zur Verfügung Musik aus Oh Was sehe ich denn da für eine schöne Waffe? Hmm Check, check, check Gut Dann haben wir das auch Jetzt versuchen wir es noch mit Murray Und ähm Ich würde sagen Wenn das nicht funktioniert Dann äh Ja Weiß ich nicht Welche Mission ich dann hier jetzt noch machen soll Dann hoffe ich nicht Dass wir am Ende angekommen sind Das hoffe ich wirklich nicht Ich werde natürlich noch Mein bestmöglichstes tun Da jetzt in irgendeiner Art und Weise Vielleicht noch ein Patch zu finden Oder Keine Ahnung Was man da machen kann Na der ist echt in Ordnung der Yusuf Das ist mein Friend So Jetzt guckt ihr das an Wie die da schon wieder fahren Ey Alle links, rechts, links, rechts Hier Ey Das ist doch nicht warm Das Schlimme ist Ich verliere den Wagen ja jetzt gleich Das ist doch nicht Fahrwerk ist auf jeden Fall schon im Arsch. Weg mit deinem Motorroller, ja. Möppöken hier. So, schauen wir uns das jetzt ganz noch mal an. Ah ja, Nummer 3. Ach ne, wir schauen es uns nicht an. Wir kennen es ja, wir kennen es ja. Ja, wir sehen uns auf den kleinen Park, Bro. Hier, take these headsets. Excuse me if I don't trust a pair of yous to think for yourselves. Hey, Brucie, Bro, it's good to hang with you. I'm really happy you're along on this ride. Bordy, Bro, are you over-talking with me? Come on, little B. Hey, what do you take me for? It's good to have Lopez along, too, right? Hey, the three amigos. You're two men and a little cunt. Hey, you hear that, Brucie? He called you a little cunt. Yeah, I wasn't talking about him, bro. Don't bring down the positive energy, Lopez. Me and my brother are having fun today. Yeah, man, we are. We should do this more often, bro. Oh, B, shit. Before I forget, there's this email that I got that I thought you'd be interested in. Oh, yeah? What's that? Oh, you see? It's this doctor. He's a fucking genius. Yeah, he says he's made this bill that it's gonna sort out that penis problem you got. Fuck off, Maury. I thought you were being cool, bro. Oh, no, I am, bro. I swear it. No, this guy can extend your hose by at least two to three inches. Hey, call me an asshole, but I'd be really psyched if my bro was back in a four-inch bunch. How's that for cool? Shut up, Maury. The one thing you do got going for you is those roid-ravaged beans in your sack here. Anything would look big hanging next to those peanuts, right? Yeah? Am I right? Shut the fuck up, Maury. Ha, 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 ha. Ah, pathetic. You see this guy, Lopez? What did I tell you? I don't know, bro. I tend to stop listening when you open your mouth. Remind me again what you paid for that place in Broker, Brucie. Huh? Oh, and a garage, too. How much did you pay? I don't want to talk about it. And, uh, oh, yeah, yeah. What are those properties worth now? Ha, ha, ha. Sad, I don't want to talk about it, okay? Shit. You see? What did I tell you, Lopez? Overexposed like a stripper in Fleet Week. Only thing more useless than that little pecker of his is his portfolio. Ain't that right, Brucie? Hey, leave him alone, Maury. You're even more annoying than usual. He's a bit like you and Big Tone, actually. Hey, you guys should start a debtors' anonymous circle jerk together. Yeah, you can sit around crying and bugging and talking about how you lost it all, huh? Yeah, at least we don't know you shit anymore, Maury. Remember, let that guy race in that bed. Fucking genius. Ah, here's a guy with the cars. Hey, you Chunks could learn a thing or two here. So, jetzt drück mir die Daumen, dass es nicht abstürzt. Das war noch in Ordnung. Hey, buddy. Thanks for the tip-off. Here you go. Oh, thanks, bro. Hey, don't go spin that all on one place, chump. Alright, people. Money talks and idiots walk. Tja, es scheint so, als wenn ich kein Glück habe. Ich hatte das gleiche mal The Lost and Damned, dann hatte ich, glaube ich, eine andere Mission gemacht und dann hat es dann auch wirklich funktioniert. Ich habe es jetzt hier mit unzähligen Neustarts probiert. Ich muss mich umschauen, ob es hierfür ein Update gibt und, ähm, oder ein Patch oder ob das Problem bekannt ist. Ich weiß es nicht. Falls es hier jemand sieht und wirklich Ahnung davon hat und das gleiche Problem vielleicht hatte, bitte, bitte melden. Entweder in den Kommentaren oder mir eine E-Mail schreiben und dann schauen wir mal, wann ich euch diese Mission dann zeigen kann. Ist echt frustrierend. Naja. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. NRW bei 18. Adieu.